Erstmal muss ich schauen, ist diese Aktie geeignet für die Langfristanlage Warren Buffett? Der, möchte ich sagen, größte Investor der letzten Jahrzehnte, spricht davon, never compromise on quality. Denn ich investiere nicht in ein Stück Papier, ich investiere in ein Unternehmen. Ich werde anteilseigner an einem Unternehmen. Die Frage ist, ob dieses Unternehmen in zehn Jahren noch da ist, ob es sich weiterentwickelt hat, ob es gewachsen ist. Und das versuchen wir mit der Königsanalyse zu beantworten.